Wir gehen heute zusammen eine Choreo zu Guns & Roses durch und wir starten direkt. Wir stehen offen, drehen auf dem linken Bein, über die linke Schulter nach hinten weg und stoßen uns mit rechts ab. Und danach springen wir auf. Das rechte Bein ziehe ich einfach beim Drehen hinterher. Einmal nur die Drehung. 5, 6, 7, 8 und drehen. Aufspringen. Dann kommen die Hände in die Hüften und wir trommeln einmal mit rechts, einmal mit links. Und dann gehe ich auch mit dem Oberkörper dann in die Richtung. Einmal das zusammen. 5, 6, 7, 8 und drehen. Sprung, Hüfte und rechts, links. Wir springen mit den Beinen über Kreuz zu, hundern auf, das geht aber schnell. Rechtes Bein habe ich vorne. Dann zweimal vorne. Einmal 5, 6, 7, 8 und drehen. Zehn, Hüfte, rechts, links, zu, auf, vorne, vorne. Ja? Wir machen weiter. Von hier aus geht die linke Hand in die Hüfte und die rechts schlägt einmal wie so eine Peitsche-Bürschlag. Nach links, nach rechts. Und wenn ihr nach rechts dreht, drehe ich meinen Arm ein, habe einen Wechselschritt, dass ich mich seitlich stelle. Ich nehme da erstmal rechts, Bein nach hinten und das linke stelle ich dann nach vorn. Bein raus, dann drehen wir immer das linke Bein rein. Ich zeige euch den Schritt von vorne. Das mache ich mir einfach zur Seite. Dann springe ich zu und klatsche einmal schön auf. Einmal das, das ist so. 5, 6, 7, 8 und drehen. Zehn, Hüfte, rechts, links, ha, ha, vorne, vorne. Und wir haben links, rechts, drehen, ha, ha. Ja? Jetzt wollen wir nach vorne und aufklatschen. Dann geht's weiter. Ich nehme mein linkes Bein raus, schlappe nach rechts unten, hier durch so eine Trommel, hatten wir schon das letzte Mal. Und habe dann einen Wechselschritt nach hinten, wo ich mein linkes Bein einmal nach hinten absetze, rechts geht hoch und wieder zurück gehe. Mal langsam, ich springe auf, das linke Bein, rechts geht hoch, rechts setzt wieder auf, links geht hoch. Dabei kreisen die Arme einmal nur von oben nach unten. Ab dem Schlag, 5, 6, 7, 8 und runter, Wechselschritt. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr zwei Koffer in der Hand habt, lebt den hoch, setzt ihn hinter euch ab, andere Seite, genau das gleiche, springt zu und macht einmal ein Lasteschwing über den Kopf. Kriegen wir das einmal alles zusammen mit? Wir probieren es noch. 6, 7, 8 und drehen, stehen, Hüfte, rechts, links, zu, auf, ha, ha, und links, rechts, drehen, rein, rein. Zu, klatschen, und wir haben die Schlagen, Wechselschritt, hinten, hinten, kreisen. Haben wir gleich auch schon den Anfang geschafft. Geht weiter. Wir haben den Schritt aus Taki-Taki, wo wir hier einmal nach rechts einen Dip machen. Wir haben uns stehen gerade so und ich gehe mit links einen Schritt vor. Ich gehe mit links wieder rein, Arme kreisen um den Kopf, dann mit links raus, dann runter zum Fuß, dann drücke ich auch wirklich mein rechtes Bein komplett durch, dass es gerade ist, Kopf geht hoch. Und wir ziehen langsam hoch. Dann kommt ein Schritt, den ihr auch schon könnt, nämlich aus Sinti-Hammer, wo wir immer mit rechts aufgehen, zurück mit links aufgehen und dann zweimal, weil wir nicht das schlagen, sondern zweimal, als würdet ihr jemanden wegschicken, geht weg, geht weg. Dann ausgleich in die andere Richtung, links, rechts und weg, weg. Dann gehen wir wieder zu, gehen rechts auf, Hand geht auf die linke Schulter, links überkreuzt, gehen zurück, zurück. Oh, Hände sind dabei abgeklappt. Gehen dann runter, Hände kreisen einmal den Kopf, gehen hoch. Da beziehen wir immer wieder den Koffer nach hinten. Ihr holt quasi den Arm aus der Mitte, sodass er dann auf Schulterhöhe ist. Den Ellbogen auch schön hoch lassen und dann erst absenken. Da fangen wir auch mit rechts an. Rechts, links, rechts, links. Dabei gehen wir hoch und gehen nochmal mit den Beinen auf und zu. Das ist das erste Mal. Langsam, dann schnell, schnell, schritten. Wir machen noch einmal auf dem Zu-Zug. Fünf, sechs, sieben, acht und kreuzen. Auf, auf, um den Kopf und hoch. Und wir haben eins, eins, zwei, drei. Wir haben dann noch so ein Money, 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 Money. Ganz easy. Dann Beine auf. Und die widmen wir mal von rechts nach links mit dem Gleichgewicht. Dabei regnet Geld vom Himmel. Dann geht der Ruf vorne los. Den schaffen wir heute auch noch. Wir haben nämlich einen Kick mit dem rechten Bein. Dabei sitzen wir mit links einmal hoch, rechts hoch. Absetzen. Gehen zur Mitte und haben den gleichen Schritt wie gerade eben, nur dass wir oben bleiben. Also nicht hochkommen, nicht runtergehen, sondern auf der Stelle. Dann haben wir dieses Guns and Roses, das sie singen. Sprechen wir auf, haben eine Pistole. Wir aufeinander schlagen. Sprechen zu, sagen Nein, Pistolen sind schlecht. Und Roses, weil wir so schön gerne Ruhe suchen müssen. Und dann kommt Ohlalala. Einfach in die rechte Hüfte. Hand macht so ein bisschen Mädchenhand. Dann genau das gleiche nochmal. Wir haben den Kick. Ha, 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 ha. Und wir haben Ohlalala. Dann in die linke Hüfte. Hände gehen zusammen zu einem Schmetterling. Und dann eins, zwei. Und dann in dielinke Hüfte. Ciao. Das war's für heute. Das war's für heute.